Hallo, ich bin euer MrWenom1974 und jetzt sind wir bei Metal City. Wir haben ein Glücksspiel auf Twitch. Da wird man ja reich und berühmt, sagt man. Das scheint ein Karten-Game zu sein. Das ist Slot Machine höchstwahrscheinlich. Das ist vermutlich Blackjack. Das vermutlich ist Poker. Genau. Halten und Ding ins Kirchen. Jetzt sieht man ja nach Poker aus. Komm, alles. So. Hallo? Äh. Ja, war super. War schön. Das war Poker, meine Damen und Herren. Geil. Machen wir nochmal Blackjack. Auf jeden Fall die bessere Musik. Ja, bei 11 möchte ich schon noch eine Karte. Willst du mich verkackeiern? Wenn ich ja sage, meine ich ja. Ich bin keine Frau. Alter. So, wir machen das nochmal. Ja. So. Jetzt die Mathematiker. Wir sind bei 13. Wir müssen auf 21. 20. Das ist eine Scheiß-Kombination. 17 ist kacke. Wir haben tatsächlich gewonnen. 16 ist auch eine Scheiß-Idee. 20 ist gut. Herzlich willkommen zum großartigen Glücksspieltag. 19. Weil Askan sowohl 11 als auch 1, ja. Was? Wir sind aber bei 19. 18. Ach, wenn Bank gleich ist, gewinnt Bank. Alter. Ja, gut. 20 brauche ich nicht. Bin ich durch. Gibt es noch auf der Minispiel-Sammlung auch Strip-Poker? Ich frage für einen Freund. Ich bin jetzt ganz ehrlich. Weiß ich irgendwas, was ich nicht weiß? Da liegt doch jetzt gerade 22, oder? Wärts wir schon vorher abpfeifen können. So. Gucken wir uns Slot-Machines an. Weil, ne, grüße an Konami. Silent Hill wird ja auch eine Slot-Machine. Ja, und das macht mir wirklich Angst. So. Ja. Ja, ich möchte spielen. Ich glaube, das war nix, ne? Auch nix. Super. Geil. Ja, nix gewonnen. Ja. Typico. Die Wette in sicheren Händen und so. Ach so, das ist ja das, wo in meinem Werbung steht. Irgendwie nur in Schleswig-Holstein möglich, ne? Ja. Äh. Geil. Ja, da läuft mir auch wirklich der Dotter aus. Ja. Wir kommen mal irgendwann, wenn wir zu Schobbelwehr kommen, gibt's auf dem DS gibt's auch eine Menge Kartenspiele und die sind besser. Ja. Das ist halt Metal City. Hurra. Kommen wir mal zum nächsten. Ja. 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 Ja.